Hallo YouTube, wir sind wieder am Start mit Tiny Tina's Wonderlands. Die Schlangen haben letztes Mal uns richtig aufs Auge gehauen, aber wir haben sie besiegt, haben ein Level-Up dadurch bekommen und wir gehen jetzt diese Quest weiter. Trixel in Kanox 20 mal treffen, für den guten Feuerzauber. Erstmal heißt es im Buch was von Eiern. Genau genommen von Eiern, altersloser Drachen auf dem Faulwindgipfel, die entschuldige Streie, die Geburt des Eisens einlautet. Ich sag dir was, ich besorge dir Wirwern-Eier. Du wirst den Unterschied gar nicht merken, glaub mir. Finde ich auch, glaub ich auch. Aber gut, damit kann ich arbeiten. Yes, let's go. Wir sind ganz schön stark. Wir sind ganz schön stark. Das wäre unser Buch gewesen. Oh, ist er nicht so deklariert? Oh, ist er nicht so deklariert? Down. Oh, ist er nicht so deklariert? Oh, da will ich mich runterschieben. Runterschieben in seiner Luft. Was hat der Auge? Was ist da? So, cool. Wo sind die Eier? Aber da ist er nicht da oben drauf, gell? Ja, da ist eins. Fünf Eier brauchen wir. Dieser Zauber wird meine Feinde schwarz und knusprig werden lassen wie Späne. Ich bin gespannt auf den Zauber, das ist wirklich spannend. Oh shit. Ich frage mich, was sich die Götter dabei gedacht haben, hier so viel Können zu schenken und anderen so gut. Ja, nicht selbst überheblich oder so. Ne, das ist jetzt hier weiter. Gibt es noch mehr Eier? Oh, das ist das einzige, das war das einzige, das ist ja. Oh, das ist das. So. Immer daran denken, Aussehen ist alles. Werte sind zweifach. Gibt es hier noch Eier? Ne. Doch da. Einer, zwei, zwei. Da oben steht auch nochmal eins. Das war's. Und da oben steht auch noch eins. Dum, 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 dum. Dez abladen. Neue Munition! Ditterklinge! Neue Munition! oh da ist auch ein ei mitgenommen so die roben des rats der zauberer werden die wollen mich verbannen ich habe das dumpfe gefühl dass der zauber nicht so geil wird aber ich bin ja verwenden werden aber wir mal das zu glauben warum konnte ich nicht angreifen ich hätte dir vielleicht dazu sagen sollen dass wir sagen es nicht würden wenn man ihre eier klaut ach so ich glaube ich die spieler unter ja was war das denn ja es hat ganz schön damage aus muss ich nur sagen endlos munition das ist das muss ich mir später genauer angucken das hier das sieht nicht so schnell aus oh keine motion mehr kommen wir hin? gut gut einen noch den da was gut ist dass das zauber keine munition haben so ok ein ei brauchen wir noch jetzt sollte ich meine ruhe eigentlich mal das angucken im inventar äh das war das hier ne das hier immer noch nur munition immer noch keine munition krass wenn man hier ist nix mehr jetzt muss ich hier irgendwo in dem bereich noch ein weiteres eis sein mr hajo ein herzlich willkommen schön dass du da bist wir machen grad wir versuchen grad einen richtig coolen zauber zu bekommen wir müssen dafür ein paar eier finden das sagt nämlich dass er den mächtigsten feierzauber uns zubereiten wird aber ich habe das stumpfe gefühl das wird nicht so sein mehr glück für dich mama sisha Gucken wir mal wo ist das noch das fehlende Ei? vielleicht hier drinnen? da drinnen ist kein Ei hier auch bin ich irgendwie passiert ein Ei ich denke das wird ganz da oben sein ich hoffe nicht ne das kann nicht da oben sein mhm ah da drüben ausgezeichnet laut diesen uneindeutigen Runen brauchen wir als nächstes die nekrotische Energie in den Knochen des weißen Todes das sind offensichtlich realisiertes Klenknochen das ist nochmal ein bisschen unter der Welt wunderschönen wir schlagen uns auch so ganz gut komm, ist der am meisten EPG 1000 oder noch was, sehr sehr geil hey, beim retten der welt muss man moralische abstriche machen wo ist denn der typ jetzt? wo wartet der auf uns? ganz da hinten, das heißt wir müssen jetzt hier lang richtig mit tricksel, okay, hoffentlich hat er einen guten zauber von uns wie heißt das spiel? tiny tina's wonderland, genau, sturmgaming hat es schon gesagt super geiles game, oh hi ich finde es so geil mit den zaubern, ich finde es echt hammer mein zauber ist bereit du hast mich gut verirrt, ich zeig dir wo es lang geht noch nicht fertig oh, der feiniger naja, ich habe ohne uns wird zauberer wenn ich ein bisschen aufgeschmissen bei dem Level, was wir da haben 25, vier da drüber und und damit ist unsere Munition auch schon wieder leer hallo mein lieber das sollte reichen ich kann Grummeldorns Elementare Animatrix anwenden aber sei gewarnt die Macht des Dragon Lords ist so groß dass so gut wie jedes erweckte Skelett ihm folgt egal wer es erweckt hat ok und jetzt? erhebe dich hm ok, quatsch hm, ich brauche Eis, das ist Eis, ja oh ja, das packen wir ganz gut let's go noch, wo brauchen wir denn 20 Stück? hehehehe mit dem Zauber der ultimativen Flamme bin ich übermächtig ich meine, es gibt keinen ultimativen Wasserzauber, oder? was? was? hehehe oh nice Ich kann einfach E-Gitze halten, stimmt, um alle zu kommen. Ich nehme den Preis. Mir ist gerade aufgefallen, dass diese Rune ein Akzentzeichen hat. Was bedeutet, dass diese Minderwertigen noch nicht genügen. Wir brauchen viel Kraftenergie. Fick ein paar Bet-Skelette. Ja, gerne. Gibt mehr Experience. Aber ich war mir so leicht geklöten. Das ist wohl schon. Ich wurde ja selber mit Bet-Skelette reanimiert. Aber da waren so gut wie keine Bet-S-Knochen in den Haufen drin. Und ich kann ja wohl kaum ein Bet-Skelette aus Normal-O-S-Knochen machen, oder? Normal-O-S-Knochen. Aha. Normal-O-S. Bad-Ass. Normal-O-S. Geil. Soundbues. War das ein Bad-Ass? War das nicht mal? Nein, nein. Wow, das ist mir gefallen. Häng ich jetzt zurück? Nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist nur ein Bad-Ass. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich kann schüppchen. Ich hab' den Knochen so wenig. Wie fühlst du ein Zauberer deine Knochen noch, wenn du sie nicht mehr brauchst? Ist er durch den Boden hochgegangen wieder? Noch ein Bär, das Knochen gibt. Oh. Oh. Oh, du sagst. So, zwei weitere Bär, der ist hier. Oh. 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 Da ist da noch einer. So. Ganz schlecht. Nice. Guck mal kurz, Inventar. Ist das besser? Das ist viel besser als unseres. Ich weiß gar nicht, warum das andere... Ah, seit dem Magazin kriegt es nur eins. Aber guck mal, 278 Damage. Nachhaltzeit ist auch viel geringer. So, wenn der Actionskill aktiv ist, wird der Giftschad um 10% erhöht. Ich glaube, das probieren wir mal aus. So, dann gehen wir wieder zurück. Sind wir hier runter? Tatsache. Ah, da bist du ja! Yes! Sie! Lege die Reagenzien nun in den Marsa. Gerne! Aha. Zermahle sie nun mit deiner Waffe! Soll ich es ganz sicher nicht mit dem zum Malen vorgesehenen Werkzeug machen? Bitte was? Soll mein Stößel etwas schmutzig werden? Nein, danke! Benutze einfach deine Waffe! Ich spüre, wie die Macht wächst! Okay, zermessert! Okay, zermessert! Das heißt, tritt zurück! Während ich den Thron der Zauberkunst besteige! Mhm. In wenigen Augenblicken werde ich die Macht erhalten, den Zauber der ultimativen Flamme zu wirken! Ich dachte, wir kriegen den! Let me see! Der geht gleich in Flammen auf, glaube ich! Hitze, Brand und Höllenfeuer! Brenne in der Feuersnot! Gewähre mir das Drachenfeuer! Und mache mich zum Flammentod! Ignis, Ignis, Ignis! Ich bitte dich um deine Gunst! Erwache roter Hunger! Erste und letzte Feuersbrunst! Ähm, what? Ich wusste, dass er es irgendwie vermasseln würde! Ich hab's auch gewusst! Wow! Ich hätte springen wollen! Wow! Das geht zu stark! Das geht ab! Ich brauche, äh, hier! Weiß! Das sieht noch nicht so gut! Sehr schön! Irgendwas hat es gerade... Richtig! Verborsten! Ja, ich glaube, ich werde gleich sterben! Ganz ehrlich, kann ich mir viel aushalten! Ja, ich bin down! Am nächsten Tag bin ich auch down! Yup! Alter! Ist das schon ernst? Ich bin los! 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 Könnt ihr mal hier aufhören! Ja! Huh, gut ab! So, jetzt ist er aber down. Nice. First try. Schön, halblich gefährdert. Immer einen draufgesetzt. So los. Gut, gut, gut. Noch mehr Bösewächte. Was passiert ist, du hast es total vermasselt und dich in ein Monster verwandelt. Der Zauber funktioniert nicht. Ich drückse, hat bestimmt nichts falsch gemacht. Man kann diesen alten Folianten einfach nicht trauen. Klar, war ein Fehler. Hier, nimm dein Geld und verzieh dich. Ich will den Zauber haben. Denkst du einen coolen Feuerzauber. Ich habe mich schon gefragt, ob ich jemals bezahlt werde. Besuche mich in den Ruinen, wenn du kannst. Ich habe mehr Arbeit für dich. Und mehr Belohnungen. Mehr Arbeit, mehr Belohnungen. Wir haben einen Zauber gegeben, zur Sache. Das ist nur ein Tribut. Kritische Zauberchance. Zauberstatus-Effekt-Schaden. 120 Schaden pro Sekunde für Feuer. Zauberrat ist 100% höher. Zauberabklingzeit 42%. Zauberladung 3 Stück. Einfacher Zauber. Feuern und Vergessen. Das speichern wir ab. Ich glaube, das ist ganz geil. Sehr nice. Was ist das mit denen jetzt? Jetzt kommt die uns schon so weit an. Oh. Eigentlich gibt es noch mehr Aufgaben für uns, hat er gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber da hinwollen. So, schade. Da geht es nur raus. Wir gucken mal, was es da drin gibt. Oh, hi. Ich bin nicht sogar für Zeit von der Waffe. Ich bin mal wieder. Oh, da ist ein Zauberhüppel. Endlich. Diese Abdeckzeit hat es eh nicht gedauert. Der Zufassgenerator kann dir nichts antragen. Nice. Was hast du zu mir gesagt? Kann man schon nur so kaufen. Blau-Sagen kann auch nur so verkaufen. So, hier haben wir alles. Sieht so aus. Interesting. Was ist mit euch? Die gucken nur durch. Die machen nichts. Stärke deine Dominanz. Warum steht da ein Lopper? Gut, got him. Was hier noch schön ist? Blau. Elektro-Damage. Halten. Um zu feuern. Kritischer Zauberschaden. Dunkelmagie-Effizienz. Nee. Okay. So. Da es jetzt nichts weiter gibt. Wenn wir die Nebenquests hier abgeschlossen haben. Und hier geht glaube ich die Hauptquest weiter. Der Hexensohn. Genau. Ich würde doch behaupten, dass wir an dieser Stelle mit dem Let's Play aufhören. Gerne ein Abo dalassen, falls euch das Ganze gefallen hat. Auch die Glocke aktivieren. Und wenn ihr das Ganze live sehen wollt, dann schaut bei Twitch vorbei. Kein Part 2 ist es dort. Und damit bis zur nächsten Folge. Bis morgen dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.